Not your keys, not your coins. Das ist der Spruch der Krypto-Szene und spätestens seit dem FTX-Desaster ist dieser Spruch wahrer denn je. Denn eins solltet ihr wissen, wenn ihr mit Krypto in Kontakt kommt oder ihr Krypto halten wollt bzw. ihr in Kryptowährungen investiert, dann gilt eins, die beste Verwahrung ist bei einem selbst und das am besten in so einer Hardware-Wallet. Ich habe heute für euch zwei Geräte am Start, einmal den Ledger Nano S Plus und den Ledger Nano X. Wir gucken uns zusammen den Ledger Nano S Plus an. Unboxing und Vergleich von beiden Geräten machen wir natürlich auch. Und dann will ich euch zeigen, wie man das Ganze einrichtet, wie man dann vielleicht auch zum Beispiel staken kann. Man kann auch mit dem Ledger direkt Kryptowährungen sogar kaufen, wie ihr grundsätzlich von euren Börsen Kryptowährungen auf den Ledger bekommt. Also wirklich das XXL vollumfängliche Paket, also die komplette Anleitung. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne ein Like da. Die wichtigsten Links findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Guide. Bevor wir jetzt gleich mit dem Unboxing und der Einrichtung beginnen, will ich erstmal noch bei den Basics ein bisschen starten. Erstmal die Frage, was ist Ledger bzw. noch einen Schritt weiter zurück? Was ist eigentlich eine Hardware-Wallet oder eben auch, wie man sie nennt, Cold-Wallet? Und das ist eigentlich der wichtige Begriff, kalt. Denn im Gegensatz zu einer Hot-Wallet, wie die zum Beispiel auf dem Smartphone ist oder auf dem Desktop, also auf dem Computer mit dem Internet verbunden, hat man den Vorteil bei einer Hardware-Wallet, dass hier die privaten Schlüssel, die in der Wallet verwahrt werden, niemals das Internet erreichen und somit voll isoliert quasi sind von allen möglichen Hack-Angriffen. Das ist die große Stärke von diesen Hardware-Wallets, die im Prinzip aussehen wie ein USB-Stick. Wir schauen uns das Ganze ja wie gesagt gleich an. Das mal als kleines Verständnis, denn eine Wallet ist eben der Ort, wo ihr eure Kryptowährung bzw. die Schlüssel, um diese zu versenden, auf der jeweiligen Blockchain verwahren könnt. Das Ganze gucken wir uns heute wie gesagt für Ledger an, ausschließlich als Stellvertreter aber auch dafür, dass es natürlich andere Wallets gibt. Ihr findet unten in der Beschreibung auch nochmal einen Wallet-Vergleich verschiedener Wallets. Wir gucken uns jetzt gleich aber auch nochmal an, was hat eigentlich Ledger konkret im Angebot. Erstmal zu Ledger selbst. Das Unternehmen hat mittlerweile 300 Mitarbeiter, ist der Marktführer im Bereich Hardware-Wallets und man kann sehen, mit 4 Millionen Nutzern, ziemlich, ziemlich beliebt und über 5.500 Coins werden von dem Ledger-Wallet eben unterstützt und das ist schon eine sehr, sehr starke Hausnummer, mit Abstand auch die größte Unterstützung im Markt. Es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Modelle und eins sage ich euch schon mal vorab, ihr könnt mit dem Ledger und dem Ledger-Live-App, die wir uns gleich natürlich anschauen, jede Menge machen. Ihr könnt sogar kaufen, umtauschen, vermehren. Ich persönlich empfehle trotzdem die Nutzung einer Kryptobörse als Gateway, wo man eben Fiat überweisen kann und dann aber die Coins auch entsprechend sofort auf die Wallet abzieht. Wie das funktioniert, das gucken wir uns gleich natürlich zusammen alles an. Wichtig, Ledger bietet aktuell zwei Modelle, den Ledger Nano X und den Ledger Nano S+. Ihr habt gerade schon die Packung gesehen, ich packe das Ganze gleich natürlich auch aus, worauf ich mich schon sehr freue und der Ledger Nano S Plus ist eigentlich relativ neu im Sortiment. Wenn man sich mal die beiden zusammen anschaut, dann sehen wir, sie unterscheiden sich vor allem schon mal im Preis. Hier steht aber auch, finden Sie heraus, welche unserer Hardware-Wallets am besten zu Ihnen passt. Und ich kann euch schon mal ganz knapp sagen als Zusammenfassung, beide können eigentlich ziemlich das Gleiche. Beide können sehr viele Kryptowährungen verwahren. Der Ledger Nano S Plus ist aufgrund des günstigeren Preises super für Anfänger geeignet. Beide sind einfach und sichern sehr viele Kryptowährungen. Ihr seht auch der einzige Unterschied, die eine ist Smartphone-tauglich und die andere nicht. Also der Ledger Nano X dann für diejenigen wichtig, die sehr viel am Smartphone Transaktionen machen. Ich persönlich bin eher am Desktop zu Hause, wenn ich eben größere Finanztransaktionen, wozu Kryptowährungen auch zählen, eben mache. Und deswegen habe ich mir zwar auch den Ledger Nano X gekauft, um den auch einzurichten, aber es reicht für mich meiner Meinung nach als Empfehlung für euch das Einsteigermodell, was dann natürlich auch nochmal günstiger ist, wo man sich vielleicht eher sagen kann, okay, das ist es mir tatsächlich wert. Viele fragen übrigens auch, ja Mirko, ab wann lohnt sich denn eigentlich eine Hardware-Wallet? Wann soll ich eine kaufen? Ich glaube, die ganzen Aktionen rund um FTX und auch die ganzen Aktionen, die in der Vergangenheit schon in der Kryptoszene passiert sind, sollten eins zeigen. Dieser Spruch von gerade, not your keys, not your coins, ist wirklich wahr. Denn am besten sind die Coins bei euch selbst aufgehoben, in einer Hardware-Wallet am allerbesten. Was es dir persönlich wert ist, die Sicherheit, musst du selber für dich entscheiden. Ich sage mal, wenn du 100 Euro in Kryptowährungen hast, übersteigen die 100 Euro schon die Kosten für eben einen solchen Tresor. Da lohnt es sich vielleicht doch schon darüber nachzudenken, das einfach mal zu machen und sich allein schon technisch auch mit der ganzen Herausforderung auseinanderzusetzen. Keine Sorge, ich helfe euch jetzt dabei und das wird noch viel, viel Arbeit. Jetzt gucken wir mal weiter. Bevor wir die Ledger jetzt auspacken können, müssen wir natürlich auch erstmal welche gekauft haben. Das heißt, eine Frage, die nicht unwesentlich ist, wo kann man eigentlich sicher einen Ledger kaufen oder so eine Hardware-Wallet? Ich empfehle immer, egal bei welchem Anbieter, über die Original-Website. Wenn ihr mögt, könnt ihr meine Links unten in der Beschreibung nutzen. Dann kommt ihr nämlich auf die Website nochmal drauf, könnt euch also unten entscheiden, möchte ich den Ledger Nano S Plus oder den Ledger Nano X. Und je nachdem, welchen Link ihr dann anklickt, kommt ihr dann entsprechend auf den Shop, könnt hier bei dem Nano S Plus nochmal eine Farbe aussuchen, das Ganze in den Warenkorb legen und ich empfehle deswegen wirklich auch die Links zu nutzen. Nicht nur, weil ich davon auch einen Vorteil habe, ich bekomme nämlich eine kleine Provision. Wenn ihr mir also hier einen Gefallen tut, sehr gerne, vielen Dank. Aber vor allem ist es wichtig, hier auf der richtigen Seite zu landen. Es gab schon bei Amazon oder anderen Drittanbietern immer wieder Mauscheleien und Probleme. Ich würde sagen, better safe than sorry und hier wirklich die richtigen Links anklicken, um auch wirklich sicher und seriös den Ledger kaufen zu können. So, kommen wir jetzt wie versprochen zum Unboxing vom Ledger Nano S Plus. Ich habe den Ledger Nano X schon ausgepackt, tut mir leid, aber ich wollte nicht zweimal auspacken. Ist ein bisschen komisch, wenn Leute einmal auf die Hände gucken. Aber das Ding packen wir jetzt aus und dafür wechseln wir mal in die Handkamera. Und wie gesagt, ich finde das immer ein bisschen strange, wenn man dann hier drauf guckt, auf die Hände. Also wichtige Informationen vorab. Ihr habt normalerweise das Ganze verschweißt. Achtet bitte darauf, dass es auch verschweißt ankommt. Dann ist es auf jeden Fall sicher. Ich habe vorher schon ausgepackt und natürlich auch ein paar Mal ausgepackt, weil, ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen Chaos, wenn die Leute alle zugucken. Trust yourself. Das wichtigste Motto kommt direkt zum Start. Und dann eben auch die wichtigsten Dokumente und Materialien. Erstmal der Secret Recovery Sheet. Und das sind die Papiere, wo wir nachher unsere Seeds draufschreiben. Das ist das Allerwichtigste, was man für eine Hardware Wallet braucht. Ihr werdet das gleich im Videoverlauf noch sehen. Ihr könnt die hier draufschreiben oder auch überlegen, welche Produkte ihr sonst benutzen wollt. Gibt es mögliche Alternativen natürlich, aber da wird schon mal was mitgeliefert. Dann das Wichtigste, der Ledger natürlich selbst. Hat hier seine zwei Knöpfe. Wenn man das Ganze mal ausklappt, hier, dann seht ihr, so sieht das Ganze aus. Hier ist noch eine Schutzfolie normalerweise drauf. Ich habe jetzt hier noch so einen Druck drauf, nämlich von PreMint. Das war mal ein NFT-Projekt. Da habe ich den ganzen hier kostenlos bekommen. Und hier seht ihr auch schon mal jetzt mal im Vergleich den, sorry, wenn meine Hände zittert, so nervös bin ich sonst nie. Ledger Nano X ist echt strange. Ledger Nano X, das ist jetzt mal der Vergleich. Also ihr seht, der ist größer, sieht auch hochwertiger aus und hat die Knöpfe eben hier und hier, während der Ledger Nano S Plus, die hier eben oben beziehungsweise unten hat. So, den nehmen wir jetzt mal weg und gucken, was noch so drin ist. Und ihr seht schon das Wichtigste, wie starte ich eigentlich? Ledger.com slash Start. Wenn ihr es nicht mit dem Video gemacht habt, hier gibt es eine handgelesene Anleitung, wirklich alles super eingerichtet. Ledger macht da wirklich einen tollen Job, was die Aufklärung und all das angeht. Achtet wirklich da drauf, nutzt das. Und dann sehen wir hier nochmal ganz wichtig eben, in diesem Papier auch das Ganze auf Papier formen. Also wenn ihr das Ganze nicht am Desktop machen wollt, was ich sowieso empfehle, weil wir brauchen gleich auch die Ledger Nano, also die Ledger App, also die Ledger Live App. Dann habt ihr hier noch so ein kleines Päckchen. Das ist auch ganz wichtig. Hier habt ihr nämlich eine Handschlaufe. Also wenn ihr es mal rumschleppen wollt, könnt ihr das hier cool fancy an den Ledger dran machen. Mache ich ehrlich gesagt nie, weil ich ihn auch nicht mitnehme. Und hier natürlich nochmal das Verbindungskabel. Das nutzen wir dann gleich, um eben die beiden Geräte miteinander zu verbinden. und da nehme ich die beiden jetzt nochmal, lege die hier nebeneinander und da seht ihr halt nochmal so ein bisschen die Unterschiede. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit der Ledger Live App an die Einrichtung der Wallet. Kommen wir jetzt endlich zur Einrichtung des Ledgers und dafür nehmen wir erstmal wieder einen Schritt zurück. Wir gucken auf die Einleitung. Da war nämlich ein Link vorhanden und das ist dieser hier, der uns zu dieser Seite führt. Ledger.com. Ihr könnt das Ganze dann natürlich auf Deutsch stellen und dann seht ihr jetzt Ledger Live herunterladen. Der erste Schritt wird es also sein, erstmal die nötige Applikation runterzuladen. Da geht ihr auf Herunterladen, nehmt euer Betriebssystem Windows, Mac oder Linux und drückt dann eben entsprechend drauf. Dann startet auch schon der Download unten im Fenster und die App könnt ihr dann am Desktop nutzen. Alternativ könnt ihr auch direkt auf Ledger Live gehen, also ledger.com. Dort seht ihr auch nochmal die App. Ihr könnt hier auch mit ScanMich das Ganze schon mobil runterladen oder eben auch hier wieder über den Button auf dem Desktop das Ganze runterladen. Die App haben wir also jetzt runtergeladen und dann sieht das Ganze so aus. Ich gucke immer, dass ich zwischen den ganzen Dingern hier wechsle. Manchmal die Handcam, manchmal das, damit ihr seht, wie der ganze Prozess abläuft. Wie gesagt, dauert auch ein wenig, aber die Zeit solltet ihr euch definitiv nehmen. Wir sehen jetzt erste Schritte, können also direkt loslegen, denn wir haben ja jetzt die Ledger Wallet schon gekauft und das ist der Ledger Nano S+. Den wählen wir entsprechend aus und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Der sagt uns, verwenden Sie ja Nano S Plus zum ersten Mal. In unserem Fall ja. Solltet ihr eine Wiederherstellungsphrase haben, also das Ganze schon mal durchlaufen haben und eben diese 24 Wörter aufgeschrieben haben, dann könnt ihr jederzeit das Ganze wiederherstellen. Und das ist wirklich wichtig nochmal zu verstehen. Diese Wörter sind das Allerwichtigste. Ich sage das gleich nochmal. Die müssen sauber in Ruhe, am besten allein aufgeschrieben werden, gut aufbewahrt werden, denn sollte mal das Gerät kaputt gehen, gar kein Problem. Ihr seht, ihr könnt jederzeit das Ganze wiederherstellen. So, da schauen wir also mal den nächsten Schritt. Wir sind Starter, wollen komplett von neu auf anfangen. Ihr kriegt hier nochmal Grundlagen. Zugriff auf Ihre Kryptos. Also, was passiert hier eigentlich alles? Das ist schon mal wichtig. Die ganzen Informationen würde ich aber jetzt skippen. Achten Sie auf Ihre privaten Schlüssel. Offline bleiben, auch ein wichtiges Thema natürlich. Das ist eben der Vorteil der Hardware Wallets. Transaktionen validieren, das funktioniert dann eben genau mit so einer Wallet. und dann lassen wir uns den Nano mal einrichten. Hier steht nochmal, nehmen Sie sich oder planen Sie 30 Minuten ein und nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie einen Stift zum Schreiben. Ich gucke, dass ich das gleich natürlich ein bisschen beschleunige im Video selbst, vorspulen und auch ein paar Schnitte, damit ihr nicht hier wirklich jede Sekunde mitlauft. Aber ihr seht, ich weiß gar nicht, ob es das Video braucht, denn hier wird wirklich alles erklärt. Wichtig, bleiben Sie allein, machen Sie das Ganze in Ruhe und okay, wir sind bereit. Wir schalten jetzt den Nano ein und da gucken wir einfach mal, dass wir auch wieder die Handcam aktivieren. Und da sehen wir dann eben, der Ledger Nano ist angeschlossen und wir werden auch schon begrüßt. Welcome. So, wir gehen jetzt erstmal durch, wie man das Gerät bedienen kann. Da muss man hier mit der rechten Funktionstaste einfach durchswipen. Wichtig, ich habe gerade das Ding hier umgedreht, damit ihr nicht immer PreMint seht. Nicht wundern, dass das Ledger dann hier oder Ledger-Zeichen ein bisschen falsch rum ist. Hier steht nochmal Download. Wir haben ja schon die Ledger Live-App runtergeladen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal nochmal ein wichtiger Faktor. Und dann gehen wir mal weiter. Also, Use Buttons to Navigate through Menus. Das ist nochmal wichtig. Sorry, wenn das jetzt hier ein bisschen flackert, aber könnt ihr euch bei den neuen Dingen bedanken. Das war beim alten nicht. Beide Tasten gleichzeitig sind Bestätigung und ansonsten, wenn ihr beide gedrückt haltet, dann könnt ihr jederzeit zum Setting kommen in der Wallet. Also, alles über diese beiden Funktionstasten. Wir starten jetzt mit der Ledger Live-App und wollen ein neues Device starten. Ihr könnt auch hier wieder Recovery machen oder oder oder. Wir bestätigen jetzt Set up a new device. Zack. Und da müssen wir erstmal als allererstes einen Pin aussuchen. Und da gucken wir jetzt mal wieder auf unsere tolle Anleitung. Denn die sagt uns im nächsten Schritt genau das. Der Pin-Code. Der Pin-Code ist die erste Sicherheitsebene, sichert physisch den Zugang zu Ihrem privaten Schlüssel. Wichtig, bitte auch hier einen guten Pin-Code verwenden. Ich mache jetzt ein Beispiel, genauso wie auch das, was ich aufschreibe, alles nur ein Beispiel ist. Bitte macht das alles sehr vernünftig. So, den Pin-Code richten wir ein und dafür schickt uns das ganze Teil hier wieder auf das Gerät, da wo wir den Pin auswählen und erklärt auch nochmal ganz genau, wie wir eigentlich das Ganze machen. Also, ist schon ein bisschen wild, das hier alles nochmal so durchzugehen. Aber ich hoffe, das kriegen wir jetzt gemeinsam gut hin. Wir machen jetzt einfach mal den Code 0. 0. Und ja, einfach viermal die 0. Also empfehle ich wie gesagt nicht. Aber das ist jetzt erstmal unser Pin, den wir hier nehmen wollen. Das konfirmen wir nochmal. Immer mit dem Doppeldruck kriegt ihr wie gesagt die Bestätigung rein und da machen wir dann auf jeden Fall nichts falsch mit der Firma den 0. Und dann kommt der nächste Schritt. Hier steht es Write down your recovery. Wir gehen jetzt wieder, um natürlich beides so ein bisschen parallel zu machen auf die App, auf die Ledger Live. Hier steht nochmal sichern Sie Ihren Pin-Code. Alles nochmal ganz deutlich erklärt. Und hier, verwenden Sie niemals einen einfachen Pin wie Firma 0. Bitte Leute, nehmt das ernst, macht es vernünftig und schreibt es euch irgendwo auch im Zweifel auf. So, jetzt kommen wir zur Wiederherstellungsphrase. Das aller, aller wichtigste. Ich fahre das Ganze hier nochmal runter, damit ihr so den Prozessverlauf hier auch nochmal ein bisschen besser sehen könnt. So ist glaube ich ganz gut. Wir sind jetzt in Schritt Nummer 3. Ich verstehe, dass ich bei Verlust dieser Wiederherstellungsphrase nicht auf meine Kryptos zugreifen kann, falls ich den Zugang zu meinem Nano verliere. Bestätigen wir und sind jetzt bei der Wiederherstellungsphrase. Hier wird direkt erklärt, nehmen Sie Ihr Wiederherstellungsblatt, schreiben Sie 24 Wörter auf. Hier am Gerät sehen wir, your device will generate 24 words und dafür mache ich mich wieder mal groß und hier wird man nochmal durchgeführt. They are your recovery phrase. Also steht hier auf Englisch, it is your only backup to restore your accounts if needed. Wichtig. Schreibt es runter, macht es vernünftig und jetzt beide Buttons drücken, um fortzufahren. Und jetzt ist wichtig, wir sehen diese 24 Wörter nur auf dem Gerät. Deswegen lege ich das jetzt mal hin und da müsst ihr dann einfach mal vertrauen beziehungsweise da spulen wir das Video dann auf jeden Fall mal vor, denn diese 24 Wörter schreiben uns jetzt mal ganz flott auf. Wenn ihr jetzt das Ganze aufgeschrieben habt, dann sieht das so aus. Ihr seht jetzt gerade nichts, deswegen wechsle ich nochmal rein in die Handcam. Wichtig ist, und das seht ihr dann jetzt, wenn ich hier reingehe, dass ihr das vernünftig aufschreibt. Hier ist die 1, hier ist die 2 und die Reihenfolge ist enorm wichtig, denn die wird gleich auch abgefragt und die Reihenfolge ist sehr, sehr entscheidend. Deswegen, schönste Handschrift, nicht so eine Klaue jetzt hier wie bei mir und auch nicht so etwas wie durchstreichen und was drüber schreiben. Macht das vernünftig lieber 2-3 Mal, das ist der wichtigste Prozess. Wenn ihr aber das geschrieben habt, dann sind wir im nächsten Schritt dann eben bei der Confirmation und da sehen wir, wir sollen jetzt die Wörter konfirmen. Ich versuche mal hier das wegzukriegen. Ab und zu ist das mit dem Wackeln nämlich weg. Ich bin jetzt schon bei Wort 3 und den Prozess werde ich auch überspringen, aber ich will es trotzdem kurz zeigen. Ihr werdet nämlich abgefragt, okay, welche Wörter sind denn jetzt in der richtigen Reihenfolge und Wort Nummer 3, wie ihr hier auf dem Zettel seht, ist bei uns Swear und dann suchen wir eben mit der Auswahl, die wir bekommen, ihr kriegt 4 Wörter vorgeschlagen, Swear, das bestätigen wir mit zwei Tasten, sind dann im nächsten Wort und wenn ihr was falsch hier macht an der Stelle, dann wird ihr euch auch sagen Wrong und so geht ihr den gesamten Prozess mal durch. Wie gesagt, das kürzen wir mal ab, ansonsten sitzen wir noch morgen hier. So, wenn ihr dann am Ende angekommen seid, dann seht ihr hier wieder auf dem Ledger, okay, ihr seid set, bitte das Ganze in einem sicheren Ort aufbewahren und sucht euch wirklich einen sicheren Ort, wo ihr dieses Papier aufbewahrt. Das ist, wie gesagt, das Wichtigste, was ihr überhaupt habt. Wenn es gestohlen wird, hier wird nochmal erklärt, niemals mit jemandem sharen und dann machen wir beide Buttons für Continue und dann seht ihr Processing, das heißt, das Ganze geht jetzt in den nächsten Schritt und euer Device ist fertig. Ihr könnt jetzt ins Dashboard gehen, wir wechseln aber jetzt erstmal wieder zurück in die Applikation und in die Anleitung. Wir haben uns die 24 Wörter aufgeschrieben, sind also im nächsten Schritt und wir haben das Ganze bestätigt, also alle vier Schritte durchgemacht und jetzt, wie funktioniert die Wiederherstellung? Da kriegt ihr dann also nochmal einen ausführlichen Text, was passiert, wenn ich den Zugriff auf meinen Nano verliere und wie gesagt, da ganz wichtig, wenn ihr den Seed habt, könnt ihr alles jederzeit wiederherstellen. So, verstecken Sie Ihre Wiederherstellungsphrase, das machen wir jetzt gleich natürlich, geben Sie diese Wörter nur auf einem Hardware Wallet ein, nicht auf Computer oder Smartphone. Wichtig, bitte immer nur auf dem Hardware Wallet, denn dort ist eben auch sichergestellt, dass die Verbindung zum Internet nicht da ist. Es ist isoliert, deswegen wird das Ganze auch auf Papier geschrieben, bitte also nicht online im besten Fall dann speichern. Also mit niemandem teilen, wir sind fertig und nochmal der Hinweis, wie sollte ich meine Wiederherstellung aufbewahren? Niemals auf einem Computer, niemals mit jemand anderem, immer an einem sicheren Ort geschützt vor Blicken. Sonst nochmal als Tipp, was könnt ihr sonst noch machen? Man kann auch überlegen, das mit Bleistift aufzuschreiben ist langwieriger, ihr könnt das Ganze auch laminieren, damit es einfach grundsätzlich länger hält. Es gibt auch die Möglichkeit für sogenannte Steel Wallets, das Ganze also in Titan oder in Stahl zu hämmern. Habe ich auch mal ein Video hierfür gemacht, ich lasse das mal hier oben für euch aufploppen. Könnt ihr euch mal angucken, ist nochmal sicherer, reicht aber auf Papier und dann guckt ihr einfach entsprechend. So, wir sind wieder drin, wir wissen also Bescheid, erste Schritte und jetzt geht's los, denn jetzt kommt erstmal noch ein Quiz und da würde ich sagen, das macht ihr auch ohne mich. Ich hoffe, ihr habt das Quiz jetzt gut überstanden und seid dann im nächsten Schritt und das ist auch nochmal sehr hilfreich, nämlich die Echtheitsprüfung. Habt ihr eigentlich einen echten Ledger? Ich schiebe das hier nochmal ein bisschen weiter runter, damit ihr es auf jeden Fall alles gut sehen könnt. Wir prüfen jetzt unseren Ledger und gucken uns das Ganze mal an. Er lädt die Daten und dann steht hier wieder, erlauben Sie Ledger Manager Zugriff auf Ihr Gerät. Da gehe ich mal wieder in die Handcam rein und da sehen wir eben genau diese Frage ploppt auf und dann machen wir natürlich mit den zwei Bestätigen und dann sehen wir, alles gut, Ihr Ledger Nano S ist echt und bereit zur Verwendung mit Ledger Live. So, dann kommen wir auf den nächsten Schritt und dann kommen wir endlich langsam auch in den Bereich, wo wir dann anfangen können zu versenden, die Einstellungen in der Ledger Live App vornehmen und ihr seht, das dauert noch ein bisschen, aber wartet da kurz ab. Nach kurzem Warten ist es dann auch wirklich soweit, sind immer wieder Ladezeiten, die versuche ich natürlich abzukürzen und am Ende des Tages, nachdem wir den Nutzerbedingungen zugestimmt habt, kommt ihr auf diese Übersicht. So sieht die Ledger Live App dann nämlich aus, das Portfolio als eine der ersten Übersichten, dort könnt ihr direkt sehen, welche Coins drin sind. Dafür müssen wir natürlich aber erstmal Coins auf den Ledger bekommen, das machen wir gleich alles, keine Sorge. Ich fühle hier aber erstmal langsam und vorsichtig durch, wichtig, macht auf jeden Fall auch ein Firmware Update, wenn gefragt wird, das wird auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Faktor sein. So, also es gibt die Funktion Portfolio, dann könnt ihr natürlich auch die Marktdaten gucken, also hier seht ihr auf jeden Fall direkt die wichtigsten Kryptowährungen, muss ich sagen, gibt es wesentlich bessere Applikationen. Entdecken und Card macht auch noch keinen Sinn, ihr könnt unten auf MyLedger gehen und egal, ob ihr bei Portfolio startet oder eben bei MyLedger, ihr werdet als erstes jetzt erstmal gefragt, macht doch mal ein paar Apps drauf und wir wollen grundsätzlich heute mal vielleicht Bitcoin und Ethereum versenden, das entscheide ich gleich noch spontan, was schneller geht. Wir probieren das, wie gesagt, dann auch nochmal mit der Börse aus und da seht ihr einfach durch den Klick auf Installieren kommen die Apps auch direkt auf eure Wallet. Ich werde die jetzt nicht immer einblenden, nur dann, wenn es vielleicht gleich nochmal notwendig sein wird, damit ihr da nicht die ganze Zeit hin und her hopst. Ihr habt immer dieses Ding hier vor Augen und macht entsprechend alles, was es von euch verlangt. Nachdem die Apps dann installiert sind, können wir auch Konten hinzufügen, das heißt wirklich Wallet-Adressen erstellen. Wichtige Information und das ist das Schöne am Ledger Nano S Plus, der hat wirklich viel Kapazität. Ihr könnt also hier feuchtfröhlich mal durch die ganzen Applikationen durchscrollen. Es gibt unendlich viele. Ihr seht Lightcore, Monero, Stellar, Polygon, Cardano, XRP, also alle gängigen Kryptowährungen sind hier supported und ihr seht auch immer direkt, ob es von der Ledger Live App supported ist oder es vielleicht Drittanbieter gibt, wo man dann zum Beispiel eine Metamask oder andere Wallets verbindet. Wir haben, wie gesagt, uns jetzt mal auf die beiden beschränkt und können jetzt im nächsten Schritt auch mal direkt hier ein Konto hinzufügen. Das machen wir für Bitcoin, klicken da einfach mal drauf und werden dann wieder gefragt auf dem Gerät, machen Sie das Ganze mal hier am Gerät bitte. Also haben wir die App geöffnet. Ich gucke da jetzt nochmal drauf und zeige euch das Ganze auf jeden Fall nochmal kurz. Da öffnen wir dann mit Doppelklick die Bitcoin App. Hier steht dann Bitcoin ist ready und parallel seht ihr eben hier, dass gerade die Konten geladen werden. Der nächste Schritt ist die Synchronisierung mit der Bitcoin Blockchain, um zu gucken, ja wo ist jetzt hier der Status. Wir haben die erste Bitcoin Adresse erstellt. Ihr könnt dem Ganzen auch hier einen Namen geben. Also ihr nennt das jetzt vielleicht Bitcoin 1 oder 12 oder was auch immer. Was für euch jetzt wichtig ist, das wäre eure erste Adresse und damit könnt ihr jetzt auf Klick Konto hinzufügen machen und damit ist das Ganze dann auch schon fertig. So in diesem Schritt wollen wir dann jetzt nochmal durch die App durchgehen. Ihr seid jetzt hier nochmal auf MyLedger, also der unterste Punkt und da hat ihr gesehen jetzt, ich habe Bitcoin Ethereum installiert, auch Konten schon hinzugefügt. Ihr könnt das für jede Kryptowährung wie gesagt machen. Denkt nur daran, bei Drittanbietern geht es über einen anderen Anbieter, da stehen auch weitere Informationen. Ledger guckt, dass hier immer mehr hinzugefügt wird und die sind da wirklich auf Zack, also gar keine Sorge, das kriegt ihr alles hin. Wir klicken uns jetzt mal erst durch den linken Menübereich, um mal zu schauen, was geht hier eigentlich ab. Wir haben das Portfolio und hier auch die Möglichkeit in die Academy zu gehen, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Wir können hier direkt kaufen und umtauschen. Also man kann mit dem Ledger direkt tauschen oder kaufen. Ich empfehle trotzdem wie gesagt, das über eine Börse zu machen, weil es einfach wesentlich günstiger ist und hier wie gesagt auch bitte die Erinnerung, macht es so, dass ihr Euro oder was auch immer auf eben die Börse überweist, dann dort umtauscht und direkt raussendet. Ich habe eine Empfehlung mit Bison, weil ihr dort die Auszahlungsgebühren spart. Ihr findet alle Links zu Kryptobörsen unten in der Beschreibung. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr am Ende hier fortfahrt. Ich will euch das natürlich trotzdem mal zeigen, wenn wir jetzt hier Bitcoin kaufen wollen würden. Nehmen wir zum Beispiel mal Moonpay, wo wir mit Kreditkarten oder SEPA zahlen können und dann kommt hier der ganze Prozess. Ihr seht, Krypto kaufen über unsere Partner. Wir gehen in die Moonpay-App, kostet dann 300 US-Dollar, wenn wir jetzt 300 US-Dollar nehmen. Ihr macht fortfahren und klickt einfach den ganzen Prozess durch und ihr seht auch, wir sind schon auf den Reiter kaufen und verkaufen gekommen. Da wollen wir jetzt aber nicht weitermachen. Also im Portfolio ist noch nichts drin. Ich kaufe gleich, wie gesagt, auf einer anderen Börse und zeige euch auch, wie man das Ganze dann abzieht. Ansonsten sind wir jetzt nochmal im Markt und dort sehen wir auch nochmal kaufen, umtauschen. Ihr seht, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass ihr in der App das Ganze macht. So verdient Ledger neben den Hardware-Wallets nämlich natürlich auch ein bisschen. Marktübersichten finde ich andere definitiv besser. In der Kontenübersicht seht ihr nochmal, wo habt ihr wie viele Währungen. Wir zahlen gleich, wie gesagt, mal ein. Im Entdecken-Bereich findet ihr alle Apps, die in der Ledger-Live-App drin sind. Das ist auf jeden Fall mal interessant, sich das alles mal anzuschauen. Nehmt euch da Zeit, guckt euch alles in Ruhe an. Ihr seht Staking-Services etc. pp. Wir gehen gleich ins Senden, zum Beispiel von Bitcoin oder Ethereum oder eben auch zum Empfangen. Kaufen, Verkaufen haben wir dann schon gesehen. Der Umtausch, den kann ich euch dann natürlich auch zeigen, wenn wir hier gleich was eingezahlt haben. Vorher geht es nämlich nicht. Dann gibt es noch die Card. Dazu muss ich sagen, habe ich auch keine Information. Ich habe die Karte nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es hier in Europa auch schon nutzen können in Deutschland. Aber wenn ihr die Infos haben wollt, dann schreibt es mir gerne unten rein. Ich kann mir das Ganze mal anschauen. Und dann sind wir schon wieder zurück bei MyLedger. Dort die Übersicht eben über euren Ledger selbst. Weitere Einstellungsmöglichkeiten findet ihr dann im oberen Bereich. Erstmals Informationszentrum, da gibt es alle wichtigen Infos, Neuigkeiten, den Status eures Ledgers, ob er eben auch auf dem neuesten Stand ist. Dann gibt es den privaten Modus, den könnt ihr aktivieren. Dann werden Balances ausgeblendet, wenn ihr euch privat bewegen wollt und vielleicht gerade in der Öffentlichkeit oder sonst wie nicht wollt, dass irgendwie jemand was sieht. Ich könnte es machen, aber ich habe hier gerade gar nichts drauf. Ihr habt die Hilfeseite, da könnt ihr natürlich nochmal alles nachlesen und wirklich auch, da ermutige ich euch, nutzt diese Funktionen. Es ist wirklich alles beantwortet. Wenn ihr sonst Probleme habt, schreibt es in die Kommentare, kommt in unsere Telegram-Gruppe, fragt dort. Da werden euch Leute helfen. Ich kann auch nicht immer auf alle Kommentare antworten. Im Einstellungsbereich gibt es nochmal die Währung, die ihr auswählen könnt. Ich nehme immer US-Dollar, weil man eben auch den Bitcoin im US-Dollar misst. Die Sprache, den Ort, Design, da empfehle ich euch Dunkel, ist nämlich sehr viel angenehmer fürs Auge, sieht auch cooler aus. Passwortsperre könnt ihr machen oder also aktivieren oder deaktivieren. Fehlerberichte, Analysen, Karussellsichtbarkeit, also alle möglichen Einstellungen. Hier nochmal eine Möglichkeit, Konten zu exportieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Wenn ihr zum Beispiel eine Steuer-App nutzt, könnt ihr euren Ledger auch direkt damit verbinden oder eben diese Export-Funktion nutzen, genauso wie die Historie der Kontobewegung. Also nochmal alles absichern, was ihr hier habt. Ausgeblendete Token, Kryptowährung auswählen. Ihr kriegt, wie gesagt, hier alle Informationen. Ich glaube, ich muss nicht durch jeden Bereich durch. Cash leeren. Bitte hier vorsichtig sein. Im Hilfe-Bereich Protokolle speichern, Gerät einrichten. Da könnt ihr nochmal ein Gerät einrichten, wenn ihr noch ein weiteres braucht. Benutzerdaten anzeigen. Reparieren Sie Ihr Gerät. Das ist dann auch wichtig, wenn vielleicht irgendwas nicht funktionieren sollte. Wichtig, dass ihr dann immer euren Seed zur Hand habt. Es kann immer sein, dass ihr den komplett wiederherstellen müsst in Ledger. Oder wenn ihr halt alles zurücksetzen wollt, dann drückt ihr hier drauf. Auf den roten Button habe ich gemacht, um das Video vorzubereiten, um meine ganzen alten Sachen zu löschen. Da kommen wir auch ins Schwitzen, aber ich zeige euch auf jeden Fall auch nochmal, wie man das Ganze natürlich wiederherstellt. Und ansonsten, experimentelle Funktion, da sage ich euch ganz ehrlich, lasst die Finger davon und dann war es das erstmal mit den Einstellungen. Wir gucken jetzt, wie kann man senden und empfangen, eine der wichtigsten Funktionen. So, wir sehen hier also ein leeres Portfolio. Natürlich, bevor wir versenden können, müssen wir erstmal was empfangen. Dafür klicken wir einfach ganz leicht auf Empfangen. Wir wollen heute mal Ethereum empfangen, weil es ein bisschen schneller geht, gleich beim Versenden dann von der Bison App. Und wir gucken jetzt mal drauf, bitte senden Sie nur ETH oder Ethereum Token, wichtiger Hinweis. Und dann klicken wir natürlich auf Weiter. Jetzt geht es wieder hier rein in die Cam, in die Handcam und wir sehen eben nochmal die Adresse, die uns hier angezeigt wird. Verifiziert, bevor ihr irgendwas tut, ob diese Adressen genau gleich sind. Ihr seht es hier, gleicht die mal ab mit dem, was ihr auf dem Bildschirm seht und dann können wir diese Adresse kopieren und das ist nämlich dann unsere Empfangsadresse. Ich empfehle, beim Versenden von Geld oder von Kryptowährungen immer auch über diese Kopierfunktion zu arbeiten, trotzdem genau hinzuschauen. Ich mache deswegen auch alles am Desktop, weil am gleichen Gerät das alles leichter zu tauschen ist. Wenn ihr zum Beispiel mobil unterwegs seid, dann ist das ein bisschen herausfordernder. Ich empfehle, wie gesagt, macht das alles in Ruhe. Und um was zu empfangen, gehen wir jetzt in die Bison App rein, ausnahmsweise wie gesagt nicht am Handy, weil dann die Eingabe leichter ist. Trick für euch aber, ihr könnt euch hier natürlich auch einen QR-Code anzeigen lassen. Mit dem QR-Code könnt ihr das Ganze dann auch an der App scannen. Wir machen das jetzt wie gesagt ausnahmsweise mal am Desktop und sehen, Bison, unser Portfolio. Ich hatte ja letztens schon mal was gemacht. Das ist hier wie gesagt ein Testkonto, schon mit echten Werten trotzdem. Und ich habe ein bisschen Ethereum gekauft, damit wir was machen können. Da klicke ich drauf, kann mir dann ein paar Informationen holen. Wir wollen aber auszahlen. Das geht hier oben rechts über, und das ist in der App genau gleich, über quasi die Einstellungsmöglichkeiten. Neben der Transaktionsansicht, persönliche Informationen, Reports, könnt ihr hier eben auch Geld einzahlen, Geld auszahlen und auch Kryptowährung ein- oder auszahlen. Wir wollen was auszahlen, denn wir wollen das Ganze jetzt natürlich rausholen. Wir haben zum Beispiel einen Sparplan angelegt. Hier ist jetzt frisch was draufgekommen. Nehmt euch da jeden Monat die Zeit, wenn das ausgeführt wurde, dass ihr dann auch quasi das Ganze macht. Ihr kriegt nochmal Warnhinweise, wie der genaue Ablauf ist und jetzt wählen wir mal aus. Wir wollen die maximale Anzahl an ETH überweisen. Oder sagen wir mal 50%. Auch hier empfehle ich euch, wenn ihr noch ganz frisch seid mit diesem ganzen Thema, dann macht erst mal ein paar Tests. Bei Bison ist wie gesagt der Vorteil, die Auszahlungen sind kostenlos, dauert dafür manchmal ein bisschen länger, aber geht mittlerweile auch schnell, je nachdem, was gerade so los ist. Hier siehst du nochmal die wichtigsten Hinweise. Für eine erfolgreiche Auszahlung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Du zahlst auf eine Wallet-Adresse aus, bei der du eine einzige wirtschaftliche Berechtigte bist, sind wir. Du bestätigst, dass keine andere Person von dir eingebende Wallet-Adresse benutzt. Und der ist bewusst, dass die Auszahlung bei der Eingabe einer falschen Wallet-Adresse nicht rückgängig gemacht werden kann. Trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, den Support zu kontaktieren. Ich empfehle euch trotzdem, Leute, macht es vernünftig. So ein Ding macht man aber nicht eben zwischen Tür und Angel. So, jetzt sagt er auch nochmal, Leute, nur mit Ethereum-Transaktionen, bitte vorsichtig. Jetzt sollen wir die Wallet-Adresse eingeben. Also, da gucken wir jetzt mal drauf. Die wollen wir natürlich aus der Ledger-Live-App direkt mal rausholen und kopieren das Ganze und fügen das dann hier mal ein. Die normalen Adressen, die helfen uns hier an der Stelle nicht weiter, aber das ist die Adresse. Prüft hier, wie gesagt, nochmal nach. Ihr habt auf dem Gerät die Möglichkeit, das Ganze nochmal anzuschauen und eben auch nochmal in der Ledger-Live-App. Ihr seht aber, das ist jetzt die richtige Empfangsadresse und wir wollen die Auszahlungsanfrage senden. So, da muss man dann das Passwort entsprechend nochmal eingeben. Das gebe ich hier nochmal für mich ein, nutze hier entsprechend auch einen Passwort-Manager und ich kriege nochmal eine SMS mit einem Code. Das gucke ich mir jetzt gleich auf dem Handy dann an. Den Code gebe ich dann hier ein. Das ist nämlich der nächste Schritt und dann drücken wir auf jetzt Auszahlen. Damit starten wir also die Auszahlung. Gleich geschafft. Wir kriegen nochmal eine E-Mail, in der du deine Auszahlung final bestätigen musst. Das heißt, geht dann nochmal auf euren E-Mail-Account, dort nochmal final bestätigen und dann habt ihr endlich geschafft, die Auszahlung zu machen und wir warten jetzt, bis sie dann bei Ledger angekommen ist. Wichtiger Hinweis nochmal, die E-Mail ist 15 Minuten gültig, also macht das innerhalb von 15 Minuten. Die Auszahlung kann wie gesagt variieren. Es geht jetzt nicht so schnell wie im Video, weil ich habe da natürlich vorgespult, beziehungsweise nochmal von anderen Adressen ein paar ETH gesendet, damit wir gleich eben gucken können, wie das dann in dieser Ledger-App aussieht. Also das nochmal der wichtige Hinweis zu Bison. Vorteil, ihr kriegt eben die kostenlosen Auszahlungen. Wenn ihr die Börse mal testen wollt, ich habe unten in der Beschreibung einen Link, kriegt ihr 20 Euro Willkommensbonus, wenn ihr dort startet. Könnt ihr gerne ausprobieren, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch mit allen anderen Börsen machen. Ich kann nur natürlich jetzt nicht jeden Auszahlungsprozess durchgehen. Guckt da einfach auf die Börsen selbst und bestätigt wie gesagt die Mail und dann können wir auch wieder hier im Empfangsbereich nochmal auf den Ledger schauen. Die Adresse, die wir gesehen haben, approven, weil wir sind da jetzt fertig, wie auch immer ihr das gemacht habt. Die Adresse ist sicher und freigegeben und dann warten wir jetzt eben darauf, dass wir gleich die ETH empfangen haben. Ihr seht auf wundersame Art und Weise, die ETH sind schon da. Die habe ich jetzt wie gesagt nochmal einfach von einer anderen Börse versendet. Ihr könnt es mit allen durchspielen. Ich kann nur nicht für alles eine Anleitung machen. Ihr seht jetzt hier im Portfolio, wir sehen schon, da ist was angekommen und das ist eben ETH. Ihr seht hier unten dann eben auch den Empfangsbereich, wenn ihr hier unten in den Bereich schaut. Da seht ihr auch noch so eine kleine Uhr, denn am Anfang ist es so, dass die Transaktion noch nicht 100% bestätigt ist. Ledger wartet hier auf mehr Bestätigung, damit man wirklich sicher sagen kann, es ist da, kann nicht mehr reversed werden. Das ist für euch aber irrelevant. Wir könnten jetzt theoretisch aber auch schon mal in den Sendebereich reingehen und das ist eben sehr einfach. Wir wählen ETH aus oder da, wo wir eben Guthaben haben, was wir senden wollen und geben dann eine ETH-Adresse ein. Die könnt ihr über andere Applikationen eben abrufen, dort auch über den Empfangsbutton oder eben auch über verschiedene Börsen. Wir spielen das Ganze jetzt nochmal mit Bison durch und wollen hier Kryptowährungen einzahlen. Hier steht nochmal eine ganz klare Erklärung, was man alles beachten muss und wir wollen aber jetzt ganz klar mal hier ETH senden und uns eine kleine Gutschrift erhalten. So, wir klicken hier auf weiter und drücken okay, bekommen dann entsprechend eine ETH-Adresse angezeigt, die ich jetzt mal ausgegraut habe. Nicht, dass ihr da irgendwie auf die Idee kommt, was zu versenden an mich. Gibt es wirklich tatsächlich oft. Wir geben das Ganze dann einfach hier die kopierte Adresse ein. Wie gesagt, alles hier ausgegraut und ansonsten gucken wir, dass wir die gleiche Adresse eingegeben haben. Also hier nochmal doppelt und dreifach prüfen, ist es wirklich die richtige Adresse. Ihr klickt dann auf weiter, könnt hier dann den Betrag auswählen, zum Beispiel wenn wir oben den Reiter anklicken Maximum, können wir also das Maximum mit einer gewissen Geschwindigkeit, also Gebühr, eben dann wieder zurücksenden. An die Bison App, wenn wir jetzt hier auf weiter drücken, gibt es nochmal eine Zusammenfassung der Empfangsadresse. Also nochmal bitte prüft, prüft, prüft. Empfangen und versenden ist sehr sensibel. Ganz schnell hat man mal einen Zahlendreher drin, ich nutze immer die Kopierfunktion, aber es kann trotzdem mal irgendwas schiefgegangen sein. Guckt da lieber doppelt und dreifach nach, diese Sachen lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Danach schauen wir eben aufs Gerät, ich habe jetzt hier eine Warnung bekommen, weil mein Gerät getrennt wurde, ich will jetzt hier nämlich mal alles nochmal durchspielen, aber auf dem Gerät seht ihr dann eben entsprechend nochmal die Adresse, bestätigt die, könnt also wirklich nochmal genau schauen, ist es eigentlich richtig, wo ich mein Geld hinsende und dann einfach nur noch auf Absenden drücken und das ganze Ding ist durch. Es gibt natürlich einen guten Grund, warum ich jetzt die Versendung nicht nochmal durchgeführt habe, denn wir wollen uns natürlich jetzt nochmal kurz anschauen, wie kann man eigentlich staken und da müsst ihr natürlich für jede Kryptowährung selber auch ein bisschen Recherche machen, mit welcher kann man eigentlich Staking betreiben und welche Apps sind dafür geeignet. Hier geht ihr dann zum Beispiel in den Entdeckenbereich und könnt eben nochmal sehen, was gibt es alles für Applikationen und Möglichkeiten hier vielleicht irgendeine Funktion zu nutzen und wer sich bei Ethereum auskennt, es gibt eben eine Staking-Möglichkeit wie zum Beispiel Lido und die wollen wir jetzt nutzen und hier sieht man auch übrigens dezentrale Börsen sind auch verbunden wie OneInch, auf jeden Fall etwas, was man nutzen kann, dezentrale Börsen sowieso eine sehr, sehr gute Adresse, also auf jeden Fall mal alles ruhig austesten. Hinweis, ihr werdet jetzt auf eine externe Anwendung geleitet, also das könnt ihr sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, reicht mir dann auch als Erinnerung, aber ihr seht dann, ihr bleibt in der Ledger-App, kommt aber in die Lido-Applikation, die wird hier eben dargestellt für euch und da könnt ihr eben sehen, hier oben ist unser Guthaben, die ETH, die 0,038, die ich versendet habe, wir sehen die aktuelle APA, also die Rendite, die ihr bekommt, wenn ihr staked und wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen den maximal möglichen Betrag staken, man kann nicht alles staken, weil man eben auch noch Gebühren zahlen muss, also wenn ihr staked bei Lido zum Beispiel, dann interagiert ihr in dem Moment mit dem Smart Contract von Lido und da ist es wichtig, das kostet natürlich ein bisschen Gebühren, damit ihr die auch bezahlen könnt, geht eben dann nicht alles, ihr könnt auch noch gucken, was es hier für Möglichkeiten gibt, hier seht ihr bei 1inch gibt es Staked ETH Möglichkeit auch günstig zu kaufen und das ist glaube ich auch ganz wichtig zu verstehen, wenn ihr ETH staken wollt, dann gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten und deswegen kann ich jetzt in diesem Video auch nicht jede Möglichkeit durchspielen, ihr kriegt bei Lido zum Beispiel einen anderen Coin zurück, das ist auch so, wenn ihr das bei einer zentralen Börse macht, Problem hierbei ist, beachtet die Steuern, denn dieser Wechsel ist, wie man das zum Beispiel bei 1inch über den Handelsplatz machen kann, ein Wechsel, ein Tausch, der ist steuerpflichtig, das heißt, wenn ihr Coins hattet, die jetzt vielleicht ein Jahr oder älter waren, kein Problem, alles steuerfrei, aber die Haltefrist für die Staked ETH, die beginnt dann von vorne, also ganz wichtiger Hinweis, das vergessen viele beim Staking, gerade über Drittanbieter, dass man hier eben auch ein steuerliches Ereignis auslöst, ihr könnt das dann submitten, das Ganze könnt ihr dann über den Ledger ganz normal bestätigen, es gibt, wie gesagt, noch viele, viele andere Möglichkeiten hier, verschiedenste Apps zu entdecken und was auch wichtig ist nachher, was ihr mit dem Ledger alles ausprobieren könnt, sind natürlich dann auch externe Websites, wo man dann vielleicht, wie bei Rocketpool, auch den Ledger verbinden kann, auch dort Staking betreiben kann, für ETH zum Beispiel, Solana Staking hat seine Lösung, und, und, und. Da kann ich euch aber nur sagen, informiert euch wirklich umfangreich, ihr könnt gerne auch unten Fragen reinstellen, ich kann aber nicht wirklich zu jedem Detail hier da ein Video dann machen, weil das einfach dann zu viel wird, den Rahmen sprengt, denn wir wollen jetzt vielmehr nochmal schauen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich mein Seed, beziehungsweise nein, wenn mein Gerät kaputt ist, was ist, wenn das Ding hier verloren gegangen ist, geklaut wurde, kaputt ist, oder, 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 der äußerste Notfall, dann stellen wir das Ganze wieder her, und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Bevor wir jetzt mit dem absoluten Notfall loslegen, habe ich noch einen ganz kleinen Tipp für euch, ich will euch natürlich nicht komplett hoffnungslos hier zurücklassen mit dem Thema Staking, es ist, wie gesagt, auch etwas für mich, erstmal für erfahrene Nutzer, wenn ihr ganz frisch seid, macht erstmal die Basics und dann Step by Step, aber, ihr habt natürlich hier wieder mal Ledger, die euch helfen, nämlich einfach mit ledger.com slash staken, ihr könnt auf der Website alles durchsuchen, und da seht ihr, Belohnungen durch Staking ihrer Vermögenswerte verdienen, da seht ihr nochmal, warum es gut ist, nämlich äußerst sicher mit einer Hardware Wallet, unterstützt mehrere Währungen, alles an einem Ort, nämlich in der Ledger Live App, das haben wir gerade gesehen, und hier seht ihr, Tesostron, Cosmos, Algon, Polkadot, Solana, hier eben im Sternchen, bedeutet eigentlich immer über einen Drittanbieter, ihr könnt alle Coins euch mal angucken, ihr könnt euch auch in Ruhe durchlesen, was ist das, was bedeutet das eigentlich alles, also nutzt da auf jeden Fall die Hilfemöglichkeit der Website, die wird euch schneller helfen, als wenn ich euch eine Frage in den Kommentaren beantworte. Kommen wir jetzt zum absoluten Horrorszenario, ihr habt dieses Gerät hier verloren, es wurde geklaut, es ist zerstört worden, was auch immer, aber was ihr noch habt, ist das hier, das wichtigste Tool, nämlich euer Seed, eure 24 Wörter, mit denen könnt ihr einfach ein neues Gerät bestellen und das Ganze wiederherstellen, um euch das zu zeigen, gehen wir da einfach mal in die App, und falls eben das Gerät nicht mehr angeschlossen ist, ihr seht weiterhin, das Portfolio, ihr könnt euch noch angucken, was bei euch gerade so los ist, aber es ist eben nicht mehr vorhanden. Ihr wollt aber jetzt das Ganze neu einrichten, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ihr könnt hier zum einen über die Funktion gehen, nämlich dann über den Bereich Hilfe, wo ihr natürlich jederzeit den Ledger Support erreichen könnt, und hier unten nochmal ein Gerät neu einrichten könnt. So, das haben wir jetzt verloren, da geht ihr dann einfach auf Start, wenn ihr jetzt den Computer noch habt, beziehungsweise die Hardware, wo ihr das ganze Ledger Live eingerichtet habt, dann geht das wirklich relativ einfach, denn den Prozess kennt ihr. Wir gehen wieder auf den Ledger Nano S Plus, diesmal werden wir aber nicht den oberen Bereich wählen, sondern wir wollen das hier machen, verbinden sie ihren Nano S Plus, weil wir bereits eine Wiederherstellungsphrase, also den Seed, haben. Alternativ könnt ihr auch wiederherstellen ihrer Wiederherstellungsphrase auf einem neuen Gerät, wir wollen aber wirklich den einfachsten Case nehmen und ihr seht, wie schnell das gleich geht. Dort schließt ihr dann den neuen Ledger an, den ihr euch gekauft habt, den schließt ihr dann wieder entsprechend an. Ich mache mal hier wieder die Handcam für euch an und da müssen wir jetzt erstmal beim Start des ganzen Geräts eben wieder das ganze Thema eingeben. Ein Pin, ihr werdet dadurch die komplette Reihe durchgeführt. Ich habe jetzt das Ganze halt schon mal für euch eingegeben, um den Prozess hier abzukürzen und ihr seht, der Nano wurde hier auch direkt als echt erkannt. Wir gucken jetzt weiter und ihr seht dann, im nächsten Schritt müssen wir einfach nur noch sagen, okay, wir wollen dem Ledger Manager erlauben, das Ganze ist in Ordnung und ihr seht jetzt, alles gut, der Ledger Nano ist echt, wir können also weitermachen und der nächste Schritt wird euch positiv überraschen, denn ihr seid direkt wieder hier. Ihr habt also die Möglichkeit, einfach mit dem neuen Gerät den gesamten Prozess, den wir am Anfang gemacht haben, wo ihr das hier aufgeschrieben habt, werdet ihr genau das abgefragt. Was ist Wort Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 bis 24 und dann habt ihr das Ganze schon wieder durchgespielt. Ich habe es mir jetzt gespart, das Ganze nochmal wirklich durchzuklicken, aber ihr werdet sehen, das ist sehr, sehr einfach und die App hilft euch hier sehr, dabei das Ganze wieder herzustellen. Und wenn sowas passiert, tief durchatmen, neues Gerät bestellen oder schnellstmöglich an ein neues Gerät kommen und dann eben ganz ruhig, wie auch bei der Einleitung, alles Stück für Stück durchgehen. So, Notfall überstanden und wir kommen jetzt langsam auch zum Abschluss des Videos. Ich muss sagen, sehr, sehr ausführlich, aber vielleicht auch hilfreich für den einen oder anderen hier wirklich nochmal Stück für Stück alles durchzugehen. Ich habe trotzdem ein paar Sachen vielleicht etwas schneller gemacht. Nehmt euch da, wie gesagt, Ruhe und Zeit. Das ist mein allererster Tipp. Ruhe, Zeit und Gelassenheit ist bei dem Thema sehr wichtig. Die Bedienungen sind mittlerweile so einfach, so geführt, dass wirklich jeder damit auch klarkommen kann. Es gibt Hilfe im Support-Bereich, wie gesagt, in unseren Communities unten zum Beispiel in der Telegram-Gruppe. Dort könnt ihr Fragen stellen und wichtig, teilt da auch nicht zu sehr sensible Daten, aber es gibt auf jeden Fall für allgemeine Fragen immer eine Hilfe. Ich habe nochmal ein paar Tipps für euch, wie ihr so richtig alles quasi aus dem Ledger rausholen könnt, denn eine meiner Lieblingsapplikationen ist zum Beispiel diese Wallet hier. Das ist die Metamask Wallet. Ich habe dazu auch ein komplettes Anleitungsvideo. Wie richtet ihr alles ein? Das geht nicht, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier wird, 40 Minuten, sondern 15 oder so. Das geht wesentlich schneller, weil man bei einer Hot Wallet einfach schneller die Prozesse durchmacht und ich das Wichtigste auch dort angeguckt habe. Ihr könnt dort zum Beispiel das Ethereum-Netzwerk nutzen, den Ledger verbinden und quasi alles machen, was es an DeFi-Applikationen und so weiter gibt. Das könnt ihr natürlich auch, wie gesagt, alles über die Live-App zum Teil abbilden. Müsst ihr euch dann selber entscheiden. Ich persönlich, und ihr seht es ja hier oben, oder nee, ihr seht es nicht, den kleinen Fuchs, ich nutze da, wie gesagt, die Metamask-Wallet. Auch diese Beschreibung findet ihr unten drin. Das wird euch auf jeden Fall sehr helfen. Ansonsten auf jeden Fall der gesamte Support und Hilfe-Bereich der Ledger-App. Ich hatte hier gerade noch das Staking gezeigt. Das auf jeden Fall mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und nehmt euch auch Zeit bei den Einstellungen. Guckt euch alles da in Ruhe an. Wie wollt ihr alles einrichten? Und überlegt euch auch, wie ihr eure Wallet letztendlich nutzen wollt. Ich habe zum Beispiel auch in meinem Ledger eben nur die HODL-Position und dann eben nochmal über die Metamask dann Position, wo ich vielleicht über dezentrale Börsen zum Beispiel trade. Ansonsten vielleicht sogar auch eine zweite Wallet anlegen, um hier nochmal besser die Funds auch zu trennen. Da muss man aber auch sagen, erst vielleicht ab einem gewissen Betrag. Wichtig wäre jetzt, welche Fragen habt ihr noch? Und ich glaube euch, dass ihr noch sehr viele Fragen habt. Denn gerade wenn ihr jetzt dieses Video für den Start genutzt habt, wisst ihr vielleicht, die Einrichtung, Senden, Empfang. Das sind die wichtigsten Funktionen. Aber was braucht ihr vielleicht noch? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich kann dann überlegen, nochmal dedizierte Einzelvideos zu den einzelnen Themen zu machen. Ansonsten wäre das Video hier wahrscheinlich zwei Stunden und die Schweißringe hier unter den Armen, die wollt ihr dann an der Stelle nicht sehen. Kommen wir jetzt abschließend nochmal zum Fazit. Und ich meine, wie soll man eine Anleitung im Fazit machen, fragt ihr euch vielleicht. Ich hoffe, dass euch das Video erstmal helfen konnte. Und erstmal willkommen im Club. Not your keys, not your coins ist euer Motto. Und Eigenverwahrung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Kryptosektor. Ich finde es gut, dass ihr euch den Herausforderungen stellt. Ich bin froh, wenn ich euch helfen konnte. Ihr könnt mir helfen, indem ihr zum Beispiel die Links unten in der Beschreibung nutzt, ein Like auf dem Video da lasst oder eben Kommentar, wenn ihr Hilfe braucht. Und ansonsten natürlich gerne den Kanal abonniert. Da habe ich noch weitere Guides und Anleitungen für euch. Wühlt euch da durch und es gibt natürlich auch von mir regelmäßig News für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ansonsten auch der Hinweis nochmal auf unsere Website. Da seht ihr, haben wir zum Beispiel auch einen Erfahrungsbericht für den Ledger Nano S+. Ihr findet auch hier den Link in der Beschreibung. Für mich, wie gesagt, der Preis-Leistungssieger, weil ich persönlich eben viel am Desktop mache. Ansonsten auch alle möglichen Vergleiche für Börsenvergleich, für die wichtigsten Apps, auch das alles unten verlinkt, Steuertools und eben auch andere Hardware-Wallets. Wühlt euch da einfach durch und wichtig auch, wenn ihr Fragen habt, ich bin nicht der Einzige, der euch helfen kann. Nehmt auch andere Quellen wahr. Das ist ganz wichtig, sich auch verschiedene Perspektiven zu holen, um wirklich für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Keine übereiligen Entscheidungen, alles hat auch seine Zeit, wenn auch der Kryptosektor ziemlich schnell läuft. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.